Mitarbeiter entwickeln. Ohne Kritik, kein Fortschritt. Ich will mich bei meinen Leuten ja nicht unbeliebt machen. Ich behalte es einfach im Auge. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und der Schulte dann auch gerade zu Hause richtig Stress. Klar können sie das so machen. Dann brauchen sie sich jedoch auch nicht wundern, wenn ihre Mannschaft auch nur mittelmäßig performt. Ich treffe immer wieder auf Führungskräfte, die Hemmungen haben, mit ihren Mitarbeitern ein ernstes Wort zu reden. Zugegeben, kritisieren ist auch nicht mein liebstes Hobby. Doch weder ihre Verkäufer noch, sie haben langfristig etwas davon, wenn sie einen auf, wir haben uns doch alle lieb nur machen. Kritik ist richtig und wichtig. Denn nur so können sie ihre Leute weiterentwickeln und sie zur Höchstleistung bringen. Vorausgesetzt natürlich, sie finden das richtige Maß. Wie überall. Wenn sie ihre Verkäufer wegen jeder Kleinigkeit in die Büro zitieren, demotivieren sie sie nur unnötig. Schlimmstenfalls kann das sogar dazu führen, dass die Mitarbeiter anfangen, Fehler zu vertuschen, um sich aus der Schusslinie zu ziehen. Dass das wenig zielführend ist, brauche ich ihnen an dieser Stelle wohl kaum sagen. Einer ihrer Verkäufer hat sich im Kundengespräch ziemlich verhauen oder ein fehlerhaftes Angebot rausgeschickt. Gut passiert. Schieben sie das Thema nicht auf die lange Bank, sondern klären sie die Situation so schnell wie möglich. Nicht nur damit ihnen das Thema nicht im Magen liegt, sondern damit ihr Mitarbeiter die Situation auch noch frisch vor Augen hat und daraus lernen kann. Sicher ist es ihnen auch schon mal passiert im Eifer des Gefechtes, dass wir dazu neigen, gerne Verallgemeinerungen oder Übertreibungen mit einzubauen. Den Begriff Einwandbandung hören sie wohl zum ersten Mal Müller. Mit solchen Aussagen ist ihrem Mitarbeiter nicht geholfen. Atmen sie also lieber einmal tief durch und schildern sie dann möglichst konkret und sachlich, was ihnen aufgefallen ist und wo genau sie Verbesserungsbedarf sehen. So entwickeln sie ihren Mitarbeiter. Wichtig auch hier, lassen sie ihre Leute nicht im Regen stehen, sondern bieten sie ihnen konkrete Unterstützung an. Beispielsweise ein Präsenz- oder Online-Training, um eloquenter bei der Telefonakquise zu werden oder schlagwertiger auf Einwände zu reagieren. Und noch etwas. Wir sind alle Menschen. Da kann auch mal etwas daneben gehen. Glauben sie mir, ihr Mitarbeiter wird sich selbst schon schlecht genug fühlen. Es bringt also gar nichts, wenn sie auch noch ausgiebig Salz in die Wunden streuen. Und mal ehrlich, mit Sicherheit ist auch nicht alles schlecht gelaufen, oder? Es ist deutlich einfacher Kritik anzunehmen, wenn wir nicht den Eindruck haben, völliger Versager zu sein. Denken sie mal dran, entweder loben sie ihren Mitarbeiter oder sie kritisieren. Und wenn die Kritik vorbei ist, ist sie vorbei.